Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video zu der FIFA 20 Demo. Heute habe ich einen Gast und zwar der Jannis mit am Start. Hi! Jo, was geht? Er spielt mit mir heute zusammen den Volta-Modus. Ich bin gespannt wie das wird. Wir starten einfach mal rein. Let's go! Jetzt zwei, drei Spieler. Ja, wir spielen jetzt zwei, drei Spieler. Das wird so gut. Das ist Torvorgabe 4. Du bist blau. Ich habe es wie gesagt schon mal gespielt. Meine Leute, die kennt es schon mal. Könnt ihr rechts um meinem i vorbeischauen bei dem Video. Außerdem habe ich unseren neuen Merch an. Ja, falls ihr da dann Interesse habt, dann einfach mal rechts um meinem i vorbeischauen. Informiert euch einfach mal in dem Video. Wir haben fünf T-Shirts, drei Sprüche, zwei Mixed-T-Shirts, coole Sachen am Start. Also da einfach mal vorbeischauen, dann könnt ihr euch ein bisschen informieren. So, ähm... Wo ist unser anderer? Hast du Bock? Nein! Übrigens, ich habe es schon in meinem Volta-Video gesagt. Ich habe auch allein schon Volta... Boah, habe ich gehalten. Ich habe allein schon Volta gespielt. Dass Jan halt nicht so der Skiller ist. Er hat halt nicht so viel Skill. Haha! Was ist im Spiel? Haha! Auf jeden Fall, ja, spielen wir das jetzt trotzdem einfach. Mike ist, äh, der blaue. Ne, ne, ich bin der rote, Alter. Wir, lol, wie er es auf mich schiebt. Ich mag gar nicht ein Tor. Ich merke schon, ja. Jetzt! Wow! So ein gutes Tor einfach. Hallo! Ohohoho! Direkt verloren! Wo ist das aus? So gewinnen wir es safe nicht. Ein Wurf. Hilfe! Oh! Ja, nice! Du hast ihn aber über den Zaun geköpft. Ja. Ich habe zu dir gedrückt. Hahaha! Äh, hier ist übrigens alles manuell, ne? Pässe und Schüsse. Also, du schießt genau da hin und passt genau da hin, wo du halt hinpasst und schießt. Boah, die Vorlage! Und das ist das 1 zu 0. Mega getrickst einfach. Das wär... Ja, eben. Hahaha! Wir haben nicht getrickst, das ist ja das Ding. Aber ist doch egal. Achso, naja! Ich habe mich gerade schon gewundert. Hab ich das gemacht? Ja, ja, das... Hahaha! 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 Ist ja dumm! Hahaha! 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 Weil das Spiel weiß, dass alle zu low sind und wir machen sowas grüßes draus, als es überhaupt ist. Ja, natürlich. Hahaha! Ich würde ja tricksen, aber ich komme ja nie an den Ball! Hahaha! Hier, spielen wir zu nem guten Spieler. Ja, nice. Alter, wie kann man so den Ball verlieren? Der ist drin. Ich war eingeengt, weißt du das? Nice! Wie kann man so den Ball verlieren? Ja, das war ein Rückpass. Ein Rückball! Boah! Und ein Fouls! Ich finde das so lächerlich, dass es hier Fouls gibt. Oh Gott! Nice! Boah! Das war so ein guter Pass! Und jetzt... Ohhhh! Er versucht zu tricksen! Ja, hab ich in meinem Video richtig krass! Aber zu zweit ist es auf jeden Fall viel schwieriger. Versuch! Jetzt können wir vielleicht tatsächlich mal austesten, was passiert. In meinem Video sind die vier Tore, die Torvorgaben sind immer schon gefallen. Jetzt... Hier sind nur zwei gefallen bei dem einen Team. Nice! Ähm... Ich bin echt gespannt, was... Was denn passiert, wenn... Wenn die Zeit abläuft. Ob es dann eine zweite Hälfte gibt? Wahrscheinlich schon, ne? Nein! Oh! 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 Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, war irgendwie Vorteil oder so offensichtlich. Oh nein! Ich hab' ja auch nicht mitgekriegt. Ja, nice! Ich glaub wir erleben die zweite Hälfte doch nicht mehr! Vielleicht... Das... Ja... Das ist es! Nice! Nice! Alter geht's! Da hast du auch immer gut dafür gesorgt. Alter! Jetzt müssen wir müssen auf Zeit spielen. Wir müssen das Video erstrecken. LOL! Boah! Boah! Elfmeter! Ja... Nein! Reicht's! Hahaha! Die dürfen doch hier kein Tor machen! Jetzt ist gar nicht gut! Nee! Oder? Lass es sein! Da vorne ist einer von uns! Passt doch! Achso! Hab' ich nicht gesehen! Man erkennt das nicht, weil die keine Trikots anhaben! Ja, wenn wir das Spiel auch mal bleiben! Hahaha! Foulin! 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 Wie denn? Foulin! Foulin! Alter, ist der doof! Was? Der hat mich so umgehauen! Was? Foulin! Hahaha! Jetzt schieß! Schieß! Ich schieß! Ich hab' da schon so 10 Minuten gedrückt! Das ist so ein Tor-Safe! Foulin! Hahaha! Den musst du umhauen! Hahaha! Nein! Wenn man so von links nach rechts mit dem Spielerrennen kann's nichts werden! Ah! Das ist so bitter! Wieder verloren! Ey! Einen Try gehen wir uns noch! Mal gucken was es wird! So Leute! Letztes Match hier! Im Volta-Modus zusammen mit Jan! Und... Ich will nicht mitspielen! Ich will nicht mitspielen! Was? Nichts! Du hast den gleichen Joke wiedergebracht! Hahaha! Äh... Jetzt mal bitte gewinnen, Jan! Okay? Ey, warte! Mal einen guten Pass! Hahaha! Nein! Nicht direkt ein Gegentor! Guten Pass! Hat er gesagt! Ich will jetzt wirklich mal wissen was passiert! Wenn ähm... Wer gewinnt? Ne gewinnt habe ich schon mal! Wenn man ähm... Ähm... Tier! Wenn man äh... Hier über die Zeit rauskommt! Aber wir werden es nie erleben! Die treffen auch mit jedem Schuss! Instant ins Soar! Was ist das denn? Hast du Bock? Ja! Nice! Ich verliere! Von Minute zu Minute finde ich den Modus besser! Weil wir verlieren oder was? Weil ich so gut bin! Ja... Hm... Alter, hast du gesehen, wie gut Tricks ich kann? Ja, und hast du gesehen, warum der nicht reingeht? Verstehe ich nicht! Niceer Schuss oder passt! Keine Ahnung, was das war! Weiß ich auch nicht! Hau ihn um! Hahaha! Jetzt! Das wird's! Jetzt noch! Ohhhh! Bitte in die Mitte? Ja, bitte! Ne! Hahaha! Jetzt! Ohhhh! Das ist aber gut gespielt! Wir werden besser! Hahaha! Komm, komm, komm! Ja, ja! Auf mit der Bande! Ohhhh! Nein! Nein! Du Backfisch! Hahaha! Jetzt macht's Spaß! Hahaha! Aber... Na! Das war doch nix! Ich hab so Angst! Die Treffen saved wieder direkt und dann steht's schon 3-0 und dann haben sie save gewonnen! Wir kommen ja nicht immer auf die 10 Minuten! Hahaha! Müssen wir gleich noch ein Match machen! Macht nix! Alter! Alter! Wieso... Werden meine... Wenn ich das immer mach, wenn ich da schieße, dann wird das alles geblockt und die schießen immer rein! Alter, du machst doch... Machst so... Pissen! Ja! Ja! Nein! Nein! Alter, ich hab's doch auf Schuss gedrückt! Foulin! Ohhhh! Getunnel! Hahaha! Hahaha! Er macht seine Beine breit, um das Tor zu... Hahaha! Ich geh einfach ausm Tor! Hahaha! Leute, wir sind nicht bei den 10 Minuten! Was machen wir denn jetzt? Machen wir noch eins oder nicht? Ja, ja! Noch eins! 4-0, Junge! Wir haben nicht mal... Haben wir überhaupt ein Tor gemacht? Schon, ne? Wir haben schon zwei... Zwei, glaube ich... Oder zwei? Eins! Hahaha! So gut! Oh ja! Jetzt! Das Tor ist leer! Schieß! Wie? Los! Mach! Das war so schlecht! Was war das denn für ein Kackversuch? Oh Gott! Ist das... Traurig! Gut gespielt von mir! Dass das hier nicht geht, ist so traurig! Ich blockiere das Tor so richtig doof! Nein! Oh! Das... Das... Wir haben ihn halt verloren, dann kannst du nichts mehr machen! Das ist so traurig! Hahaha! 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 Ja, lauf dich frei, oder? Oder meinst du immer so über vorgestern? Hahaha! Ähm... Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Leute, die Leute werden sich denken, ey, wie kann man nur so schlecht sein? Ja! Oh, ey, ich weiß nicht, wie man in diesem Spielmodus V hin kann, aber... Ich weiß nicht, wie man hier gewinnen kann, Alter, das ist so unmöglich! Das kann nicht sein! Höhle! 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 Hallo! Ok, wö竟! Mann 2! Mann 2, ey! Höhle! Ey, das ist schmale wie couste! Oh, só! Sehle! 1, ey! James mise re art abort民 Paris Schacht Mario! Na 3... Tommer Optigkeit! Oh, das stehe Allezrition! Oh, ist sehruju! Barsate! Jetzt kriegt man eine Wiederholung. Alter. Nice. Wir haben immer so die richtig krassen Skill-Tore, wo wir nur 20 Skills vorher gemacht haben, dann nochmal hochgehopst und dann reingehauen. Ja, ja. Wie der Schuss von ihm geht rein. Ja, ja, ich sag, ja. RIP. Alter, er boxt mich. Das ist so schlecht im Sinn. Ich bin so schlecht im Sinn. Der ist so safe drin jetzt. Oh Gott. Da braucht es keiner im Tor. Fang ihn ab, dann machen wir ein Tor. Ich mach ein Tor. Ja. Alter, nehm ihn doch, oder? Der passt doch so komisch. Keine Ahnung, ich konnte ihn nicht nehmen. Ich hab sogar gedrückt die ganze Zeit wie so ein Blöder. Was willst du denn da drücken? Ja, schießen. Achso. Was willst du drücken? Oder? Nein. Das war's. Wenn du einen fehlt, was machst, ist das halt schon instant ein Tor. Leute, das war's von meinem Video hier. Ein Video zur FIFA Demo wird es auf jeden Fall noch geben. Schaut da unbedingt vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, lasst mich total, wenn es dir gefallen hat. Haut rein. Bis dahin. Und dann sehen wir uns in der Folge-Version. Ciao, ciao. Tschö ööööööööööööööööä . ALL Mitt Emmanuel ugi-Umm